Heidi Kabel war super herzlich und sie sagte dann, Mensch Tom, komm mal rüber hier, dann können wir zusammen den Text durchgehauen. Und dann hatte sie einen Kaffee und ein Erdbeertörtchen für mich mit Sahne drauf und dann haben wir den Text durchgesprochen. Ich finde das einfach total cool, dass Menschen, die hier gar nicht geboren sind, sich so mit dieser Stadt identifizieren. Und da versuche ich als Trainer in Workshops, in Seminaren oder in meinen Vorträgen, den Menschen Lust auf Vielfalt zu machen. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn wir das nur verordnen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, auch gesetzliche und gesellschaftliche, aber am Ende, glaube ich, ist es eine Herzenssache. Heute bei mir zu Gast ist der Moderator, Schauspieler, Autor und Sänger Jared Dibaba. Moin Moin. Ich sag mal Moin, ne? Ich bleib bei ihm. Moin Lars. Du bist 1969 in Oromia, Äthiopien geboren worden. Nach dem Abitur in Delmenhorst hast du eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann in Bremen gemacht, wo du im Anschluss auch Schauspiel studiert hast. 1996 hat es dich dann für ein Musikstudium nach Hamburg verschlagen. Deine erste große Rolle als Schauspieler hattest du 1999 am Unsorgtheater. Als Moderator bist du nach einigen Stationen beim NDR gelandet, für den du unter anderem elf Jahre lang die Sendung Meinen Nachmittag moderiert hast. Mit deiner Band Jared Dibaba und die Schlickrutscher hast du bisher zwei Alben veröffentlicht. Zudem bist du seit 2020 Mitbetreiber des Clubs Uwe auf der Reeperbahn. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und lebst in Hamburg-Ottensinn. Hamburg-Ottensinn ist mein Traumstadtteil. Ich habe nur ein halbes Jahr dort gewohnt. Das sieht man. Das hat dich zu einem guten Menschen gemacht. Ja, die kurze Zeit. Was ist es für dich? Die Welt. Ottensinn ist so vielfältig, kulinarisch, menschlich, architektonisch in vielerlei Hinsicht und das liebe ich. Und ich finde das total schön in Ottensinn. Das ist auch wieder ein kleines Dorf, aber irgendwie geht man zwei, drei Ecken weiter, ist man mitten im Getümmel. Wir haben eigentlich alles da, was man zum Leben braucht. Bis zum Bahnhof und einen kleinen Hafen vorne und so weiter. Also ich liebe Ottensinn. Gehörst du zu denen, die das Dorf dann nicht verlassen? Also vielleicht zur Arbeit, dann musst du nach Lockstedt gehen. Aber dein ganzes soziales Umfeld hast du jetzt auch gezwungen, nach Ottensinn zu ziehen? Ja, beziehungsweise wenn ich Menschen treffe, dann sage ich, lass uns in Ottensinn treffen. Ich bin ja ein Dorfkind. Ich bin auf dem Land aufgewachsen in meinem kleinen Dorf. Und Ottensinn ist auch so ein Dorf. Also ich bin selten in anderen Stadtteilen. Das ist immer irgendwie doch ein Angang. Und wenn ich sage, ich gehe in die Stadt, dann meine ich dann die Innenstadt. Also ist schon eine kleine Reise dann. Wofür gehst du denn noch in die Stadt? Um mal eine gute Hose zu kaufen oder ähnliches? Oder kriegst du das auch alles in Ottensinn? Das kriege ich alles irgendwie in Ottensinn. Es gibt so zwei, drei Sachen, die besorge ich dann tatsächlich in der Stadt, falls sie da gibt. Oder um Leute zu treffen oder für irgendwelche Besprechungen oder um mir was anzugucken. Verbindest du Ottensinn auch, weil du sagst, so um die Ecke gehen und so weiter mit bestimmten Ritualen? Bist du so ein Typ, der dann samstags immer zum Wochenmarkt geht oder andere Dinge tut? Mein Leben ist nicht so an Tage gebunden. Was ich schön finde, ist mal irgendwo um die Ecke gehen und einen Kaffee zu trinken. Oder irgendwo ein Stück Kuchen mal zu vernaschen. Und das verbinde ich damit. Also ich verbinde so ein Schlendern durch den Ort mit Ottensinn. Und das ist irgendwie ganz lustig. Dann siehst du den einen oder anderen und sagst, Mensch moin, alles klar. Und dann bleibst du hier hängen, also mal eben was einkaufen gehen oder so. Ist selten, weil irgendwie, ist halt wie auf dem Dorf. Man kennt sich, bleibst irgendwo hängen, schnackst nochmal irgendwie dummes Zeug oder hörst die aktuelle Themen an oder man tauscht sich aus, weil es wieder Klatsch und Tratsch aus dem Dorf gibt und so weiter. Herrlich, Ottensinn. Aber es gibt ja noch zwei andere Stadtteile, die wichtig in deinem Leben sind. Zumindest berufliches Lok steht, da ist der NDR und St. Pauli. Da ist quasi dein Club, der heißt Uwe. Richtig und Rotenbaum, natürlich, da ist auch der NDR. Da ist auch der NDR. Was ist denn so dein Stadtteil Nummer zwei und drei? Sind das dann die beruflich Verbundenen oder gibt es noch, unterscheidest du dann noch in Altona zwischen Altona Altstadt und Neustadt, was dann vielleicht kommt? Also St. Pauli gehört für mich mit zu Altona und Ottensinn. Also das ist sozusagen für mich dasselbe, wobei St. Pauli natürlich nochmal anders pulsiert und da ist das Nachtleben und da ist unser Club Uwe. Mit den anderen Stadtteilen habe ich sozial jedenfalls nicht so richtig viel Kontakt. Lok steht es mehr so ein hinfahren und dann wieder zurück am Roten Baum. Schon etwas mehr, weil da auch ein paar Cafés sind, wo man mal hingehen kann. Das Café Funkegg, was ja ein schön nostalgisches Café ist. Das gibt es auch, aber ich bin schon eher dann mit St. Pauli verbunden. Wir kommen mal zu den Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Ich würde gerne wissen, welches ist dein Lieblingsrestaurant? Manua, der Chinese, am Spielbodenplatz, der in der Ecke. Also das ist so ein leckeres. Ganz leckere Gemüsesuppe. Also es ist alles total lecker, fresh und ich finde, die Qualität ist gut, der Service ist gut und die sind einfach total unkompliziert da. Und das ist bei Uwe um die Ecke. Und wenn irgendwie was bei Uwe ist, vorher oder nachher, bei Manoir nochmal eben schnell was reinziehen, ist immer gut. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation außer Uwe? Bevor du jetzt noch weiter Werbung machen möchtest. Wir reden gleich über Uwe noch weiter. Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich geht alles. Ob es die Rennbahn ist, ob es die Leishalle ist, die Elbphilharmonie, der Großmarkt. Also es ist verschieden. Du magst lieber die größeren Locations sozusagen. Kleine Clubs sind nicht deins außer beruflich. Doch, 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 doch. Auch kleine Clubs, also auch große Freiheit. Eigentlich ist mir, das ist so wie, wo möchtest du am liebsten wohnen. Ja, Otten sind halt, ne? Ja, aber am Ende ist es ja da, wo die Menschen sind, die am Herzen liegen. Und so ist es ja mit der Location auch. Wenn du eine gute Band hören willst, kann sie eigentlich überall spielen. Wenn sie gut ist, spielt sie auch auf einer Orangenkiste. Ja. Welcher ist denn dein Lieblingspark? Also es ist ja kein Park, aber ich liebe den Altonaer Balkon, muss ich sagen. Ich finde, das können wir gelten lassen. Das ist manchmal auch einer meiner Lieblingsorte tatsächlich. Das hört sich so Touri-mäßig an, aber wenn ich mich da auf die Bank setze und rausgucke, dann bin ich mit meinen Gedanken weg. Irgendwie in der weiten Welt, ich sehe das Wasser, ich sehe irgendwie die silbernen Eier auf der anderen Seite, die Kühlbrandbrücke. Und das ist völlig egal, was für ein Wetter, ob es Schnee liegt, ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob ein Sonnenaufgang ist oder so. Also das hat etwas sehr Beruhigendes da, finde ich. Ja. Selbst das Surren der Kräne, was sich ja nach Arbeit anhört, finde ich tatsächlich, hat etwas Meditatives. Also wenn es nicht wäre, das würde mich sehr beunruhigen. Ja. Ja. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Das ist eine gute Frage. Das Museum für Kunst und Gewerbe. Ach, toll. Mit einer tollen Chefin. Viele Grüße an Thulga Bayerle. Welches ist dein Lieblingsspeise aus Hamburg? Lapschaos. Ja? Echt jetzt? Ja. Wenn es gut gemacht ist, sehr gerne, ja. Okay, das sagt man ja, das muss man immer dazu sagen. Das ist ein bisschen wie, bei einem Ferienhäuschen sagt man immer ein kleines Ferienhäuschen. Es wird ja schon verniedlicht durch das Chen. Ja. Und bei Lapschaos sagt man automatisch immer dazu, nee, wenn er gut gemacht ist, dann... Ja, das sage ich deswegen, weil es gibt welche, die wollen, die tun so als ob oder du kriegst das so ein bisschen dahin geklatscht. Wo gibt es denn den besten Lapschaos in Hamburg? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich auch bisher nur guten Lapschaos gegessen. Also ob das nun in guten Restaurants ist oder auf Feierlichkeiten oder bei Leuten zu Hause, ich kann dir gar nicht sagen. Ich schmeiße mal den Deichgraf ins Rennen, falls du da noch nicht warst, in der Deichstraße. Doch, da war ich schon mal. Fantastisch. Da habe ich Grünkohl gegessen. Kann man auch. Ich liebe ja auch Grünkohl. Die haben nämlich ganz lecker karamellisierte Kartoffeln dazu, was ich sehr gut finde. Ja. Aber da habe ich noch keinen Lapschaos gegessen. Muss man ausprobieren. Ja. So, dann steigen wir jetzt mal in deine Biografie ein. Du bist zwischen deinem vierten und siebten Lebensjahr, warst du mit deiner Familie wegen des Studiums deines Vaters zum ersten Mal in Deutschland. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Äthiopien 1979 seid ihr nach einer Odyssee wieder in Deutschland gelandet. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen an die Kindheit? Kannst du dich an Äthiopien noch erinnern oder steigst du schon voll ins Oldenburger Land ein sozusagen? Ich kann mich sehr gut an Äthiopien erinnern. Ich bin da zwar das erste Mal mit vier Jahren weg, aber da habe ich schon gerade so an die letzte Station im Bedelle, das ist im Südwesten. Das war total schön da, paradiesisch sozusagen. Und mein erster deutscher Freund, das erste weiße Kind, mit dem ich so bewusst Kontakt hatte, war der Sohn eines Pastors, der als Missionar nach Äthiopien gekommen ist. Der hieß Andreas Mayer. Wie sonst, deutscher Sammelnahme. Und wir haben zusammen gespielt und haben uns natürlich auch geprügelt und gestritten um die Spielsachen. Aber mit dem habe ich in der Sandkiste verbracht. Also ich kann mich schon an die Zeit erinnern und dann, wie gesagt, sind wir nach Osnabrück gekommen. Da kann ich mich an die erste Zeit auf jeden Fall erinnern im Kindergarten und die Zeit danach dann natürlich auch. Ab wann hat sich Norddeutschland denn wie Heimat angefühlt? Fühlt es sich eigentlich überhaupt schon an wie Heimat? Ja. Relativ spät, muss ich sagen. Mit, wie alt war ich da? 24, 25? 25. Also irgendwie auch schon, weil ich da gelebt habe, aber irgendwie bin ich durchs Leben gerauscht, nach dem Bürgerkrieg mit zehn Jahren dahin zu kommen und sich zu finden und dann in die Pubertät zu kommen, wo ja auch nochmal irgendwie alles im Kopf, im Gehirn durcheinander geworfen wird, war es schwer, sich zu orientieren und sich irgendwo zu finden. Als ich dann mit 25 Jahren, 1994, in die Heimat geflogen bin, da konnte man das gerade, da war gerade so ein kleines Zeitfenster, konnte ich meine Oma besuchen in Dambidolo im Süden und hatte das Gefühl, das war eine Reise zurück zu den Wurzeln. Hab den Ort gesehen, hab mit allen Sinnen diesen Ort erlebt, auch auf der Haut, mit den Gerüchen, meine Oma wiederzusehen, unsere Sprache zu sprechen. Das hat mich sehr verbunden mit meiner Heimat dort und als ich dieses Gefühl von hier kommst du her, das sind deine Wurzeln hatte und kam zurück in den Norden, konnte ich dann auch sagen, und ich bin auch noch norddeutsch. Und da hatte ich das erste Mal so das Gefühl, ich kann mich jetzt auf den Norden einlassen und das wuchs dann in mir und ich war dann nicht mehr so zwischen den Stühlen, sondern ich war auf zwei Stühlen und das fühlte sich sehr gut und sehr sicher an. 1996 bist du nach Hamburg gekommen. Ist Hamburg jetzt so der Standort, wo du sagst, ich habe hier Wurzeln geschlagen, hier will ich immer bleiben oder denkst du vielleicht sogar auch mal darüber nach, nach Äthiopien zurückzugehen, wenn es denn gehen würde? Ja, das ist interessant, dass du das so fragst. Also ich bin 1997 gekommen, 96 habe ich die Schauspielschule beendet und ich habe gebraucht, um hier in Hamburg anzukommen. Also die Hamburgerinnen und Hamburger sind hard to get. Um da so zu connecten, braucht man ein bisschen, weil es gibt so Klicken, Kreise, Gruppen. Ich kannte auch einige Leute, die haben mich auch sehr herzlich und sehr nett aufgenommen, aber irgendwie hier anzukommen, das braucht. Irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo ich dann sagen konnte, ich bin Hamburger. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Leben lang hier bleibe. Das wirst du vielleicht auch bei vielen anderen Menschen beobachten, die in einem anderen Land geboren sind und dort auch eine emotionale Verbindung haben oder dort verwurzelt sind. Das Gefühl, eines Tages dort wieder hinzugehen, das geht nie ganz weg. Also das ist bei mir auch so. Also so in meinem Hinterkopf habe ich noch das Gefühl, dass ich, und das ist auch eine Tradition, die die Oromos haben, dass ich dort beerdigt werde, wo ich geboren wurde, in Aira. Das ist nichts Rationales, das ist etwas Emotionales, was irgendwo hinten im Kopf manchmal auch wieder weiter vorne ist. Mein Vater ist in Hamburg gestorben und liegt in Altona auf dem Friedhof. Aber ich habe so das Gefühl, ja, also das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Also die Option ist noch im Kopf. Deswegen, ich weiß ja nicht, wo das Leben uns hintreibt in den nächsten Jahren. Das kann man ja nie sagen. Du sagst, die Hamburgerinnen und Hamburger sind hard to get. Das hört man ja auch häufig, dass man dann aber Freunde fürs Leben auch findet. Gibt es Leute, die du 1997 hier getroffen hast, die jetzt quasi zu deinem festen Freundeskreis zählen? Auf jeden Fall. Wie pflegst du denn Freundschaften? Also gehst du sehr regelmäßig mit den Leuten essen, trinken, telefonierst du? Also das ist ja in deinem Job, der eine Sieben-Tage-Woche haben kann, weil nie festgelegt ist, wann man arbeitet, anders als bei Büromenschen. Ist das ja auch schwieriger, Freundschaften zu pflegen. Ja, das stimmt. Ich habe zum Glück solche Freundschaften, die wirklich Freundschaften fürs Leben sind. Und mit diesen Menschen habe ich eine Verbindung. Kann es sein, dass wir uns sehr lange nicht sehen, aber das kennst du ja auch vielleicht von einigen Freundinnen oder Freunden. Wenn man sich dann wieder sieht, kann man dann da anfangen, wo man aufgehört hat. Also es braucht nicht mal irgendwie eine lange Warm-up-Phase, sondern man kann direkt connecten. Und es ist trotzdem immer ein direkter Draht da. Und das finde ich auch wichtig. Das hängt dann nicht von der Quantität ab, sondern von der Qualität. Und je häufiger, desto besser. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass die Zeit zwischen den Treffen viel zu lang ist. Und dann sage ich, komm, lass uns mal auf einen Kaffee oder ein Essen treffen. Das geht ja so nicht. Ist es jetzt mit einem gewissen prominenten Status einfacher, Freundschaften zu finden und überhaupt auch zu erkennen, ob die vielleicht wirklich Freunde sein wollen oder einfach nur ein bisschen dein Scheinwerferlicht abbekommen wollen? Ich glaube, bei Freundschaften, das ist ja eine Herzenssache. Und das Herz sieht es sofort, ob man connectet oder nicht. Das hat weder was mit Prominenz, mit Status oder irgend sowas zu tun, sondern das ist eine Frage, ob man so eine Verbindung eingehen kann, so was Feinstoffliches. Meine Freundschaften sind tatsächlich sehr lange. Also ich habe Freunde, mit denen ich seit 45 Jahren befreundet bin. Und wir sind immer noch Buddies, Freundinnen und Freunde aus der alten Zeit. Von daher spielt es keine Rolle. Nein. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungs-Podcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du bist jetzt seit Mitte der 90er Jahre hier, auch Teil der Kulturbranche an verschiedenen Stellen. Wie siehst du denn die Entwicklung? Also da ist ja jetzt so ein bisschen einiges aus den Fugen geraten. Fing so ein bisschen an mit dem Bau der Elbphilharmonie. Alles viel zu teuer. Dann ein riesen Welterfolg. Aktuell zittern die Clubs um Beständigkeiten. In der Corona-Phase hatten die Theaterangst, dass Leute nur noch bei Netflix und Co. vorm Fernseher sitzen. Wie siehst du denn die Entwicklung? Oh, das ist sehr vielfältig. Corona hat einiges verändert, auch digitalisiert. Clubs, Theater, Orte, wo Kultur live stattfindet, haben richtig zu kämpfen gehabt während Corona und danach auch wieder den Mors hochzukriegen. Die Menschen sind nicht mehr so bereit, auf Konzerte, auf Veranstaltungen zu gehen, wie es vorher war. Das heißt, da muss wieder einiges passieren. Es gibt ja auch viele andere digitale Möglichkeiten, sich Kultur nach Hause zu holen und Kultur zu konsumieren. Deswegen hoffe ich und wünsche mir, dass die Kulturstätten weiter leben können, weil Kultur ist ganz wichtig für uns alle. Das merken wir erst, wenn Kultur nicht da ist. Wir haben es ja bei Corona gemerkt, das, was uns berührt, was uns inspiriert, was uns zum Lachen, zum Weinen bringt, was uns ärgert, was uns zum Nachdenken bringt, wo wir unsere Ideen für die Kreativität schöpfen, auch von Dingen, die uns provozieren. Es ist super wichtig, dass Kultur da ist und Kultur muss unterstützt werden. Wir haben zum Glück einen Kultursenator, der ein gutes Verständnis dafür hat und auch die Clubszene mit unterstützt. Aber das ist ein gesellschaftliches Thema und wir müssen gesellschaftlich auch die Kultur wertschätzen und auch die Vielfalt der Kultur unterstützen. Ich beschäftige mich sehr intensiv seit drei, vier Jahren mit dem Thema Vielfalt in der Gesellschaft. Ich bin Diversity-Trainer und versuche Menschen, Organisationen, Unternehmen, Lust auf das Thema Vielfalt zu machen und denen auch einen Weg zu zeigen, wie wir mit der heutigen Vielfalt umgehen können. Und ich glaube, Kultur sollte barrierefrei sein, also zugänglich sein für so viele Menschen wie möglich, dass Zugänge abgebaut werden, dass Menschen aus bestimmten Stadtteilen andere Kultur sehen können als die, die jetzt in deren Umfeld ist, dass aber auch Menschen aus bestimmten Stadtteilen auch für die gesamte Stadt sichtbar sind, dass sie auch Zugang zu Bühnen haben, dass sie ihre Kultur zeigen können, wie zum Beispiel der Kulturpalast, die am Tag der Deutschen Einheit in der Elbphilharmonie zeigen konnten, was sie machen mit Hip-Hop und Gesang. Und dort genauso wie Kent Nagano sichtbar sind und Joja Wendt und wahrnehmbar sind, dass wir die Vielfalt unserer Stadt sehen, weil die Stadt ist so vielfältig und so reichhaltig an unterschiedlichen Kulturen, dass wir auch die unterstützen, die vielleicht gar nicht so wahrnehmbar sind am Anfang, dass wir genau hingucken und dass wir einen Sensor haben und Detektoren haben, dass wir die pushen und aufbauen, weil da steckt so viel Kraft und Energie drin. Jetzt habe ich lange gesprochen, deswegen… Aber es ist ja ein wichtiges Thema, also ich höre dir sehr gerne zu dazu. Was heißt denn Diversity-Trainer? So ähnlich wie ein Fußballtrainer. Ja, also du stehst an der Linie und schreifst rum und gibst Anweisungen. Jetzt mach doch mal, reiß dich bald zusammen. Hör auf zu diskriminieren. Genau, mehr Frauen. Ja, genau, zum Beispiel. Nee, aber ist es tatsächlich ein Seminar, was man belegen kann? Genau. Gibt es dann eine Urkunde, die du jetzt an der Wand hängen hast? Es gibt ein Zertifikat. Und um jetzt mal ernsthaft zu fragen, ist es für dich tatsächlich auch eine Gelderwerbsmöglichkeit oder ist das etwas, wo du dich engagierst? Beides. Es ist ein Herzensthema. Du hast ja schon vorhin so ein bisschen meinen Werdegang skizziert. Ich bin in verschiedenen Welten aufgewachsen, beziehungsweise verschiedenen Ländern in einer Welt, aber in Oromia, in Kenia, in Deutschland mit vielen Sprachen. Und Delmenhorst auch noch. Und Delmenhorst auch noch. Das ist ja auch noch eine besondere Welt. Ja, Delmenhorst ist ja eine Talentschmiede, wenn wir bedenken, dass zum Beispiel auch Sarah Connor aus Delmenhorst kommt. Es gibt tatsächlich nur wenige Orte in Deutschland, die man sofort mit einer Person in Verbindung bringt. Und Delmenhorst ist einfach Sarah Connor belegt. Ja, nicht nur. Wobei tatsächlich noch viel schöner Element of Crime einen ganz schönen Song über Delmenhorst gemacht hat. Ja, und weißt du, wer Abitur in Delmenhorst gemacht hat, an der Schule, an der ich auch war? Erzähl es uns. Norbert Aust. So, jetzt kommst du. Echt? Großartig. Genau. Aus Delmenhorst zur Handelskammer. An die Spitze. So ist es. Also dein Weg ist vorgezeichnet. Ja, also von daher, es kommen Spitzenleute. Thorsten Wacker, ich weiß nicht, ob du den kennst, er ist Regisseur. Ja. Dein Großstadtrevier zum Beispiel, hat auch Traumschiff gemacht. Er kommt auch aus Delmenhorst. Das ist so eine heimliche Machtübernahme von euch Delmenhorstern hier in Hamburg. Wir kommen wie das Hochwasser. Genau. Man kann auch vom Wasser nicht weglaufen. Ja, ja. Herrlich. Zurück zum Diversity Coach. Ja, also wie gesagt, ich habe das Thema Vielfalt, ist immer ein Thema in meinem Leben gewesen und ich habe immer auch versucht in meinen plattdeutschen Geschichten, in meinen Büchern, in meinem Bühnenprogramm, Dinge zu thematisieren, die ich beobachte. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber irgendwie musst du das dann noch in eine Form bringen. Und ich habe dann gesehen, dass man sich zum Diversity Trainer ausbilden kann. Und das habe ich einfach mal gemacht, habe mich darauf eingelassen und fand es großartig, Worte zu finden, Wege zu finden, dass man das lernen kann, mit Vielfalt umzugehen. Vielfalt ist ja jetzt nicht ein Thema, was jetzt vor ein paar Jahren aufgeploppt ist, sondern wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Das ist einfach Realität. Was das Alter angeht, sind wir vielfältig, weil es gibt eine Generationenvielfalt. Was die soziale Herkunft angeht, was die körperliche oder was die geistige Befähigung angeht, sind wir vielfältig. Ja, und was die Herkunft angeht, sind wir auch vielfältig. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir wussten vorher vielleicht nicht so richtig, damit umzugehen. Aber das kann man lernen, weil jetzt ist sozusagen eine Zeit gekommen, wo einzelne Teile der Gesellschaft auch ihr Recht einfordern und sagen, wir wollen auch mitmischen, wir wollen auch was vom Kuchen abhaben. Und da ist es wichtig, glaube ich, zu lernen, wie gehen wir damit um? Wie sprechen wir miteinander? Was für Bedürfnisse haben einzelne Gruppen der Gesellschaft? Und das ist etwas, was wir lernen können. Und wir können auch alte Verhaltensweisen verlernen. Und dann können wir gucken, wie wir vielleicht etwas besser miteinander leben können. Und da versuche ich als Trainer in Workshops, in Seminaren oder in meinen Vorträgen, den Menschen Lust auf Vielfalt zu machen. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn wir das nur verordnen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, auch gesetzliche und gesellschaftliche. Aber am Ende, glaube ich, ist es eine Herzenssache. Und ich versuche, die Menschen in irgendeiner Form im Herzen zu berühren und zu sagen, habt doch mal Lust auf Vielfalt. Irgendwie in den Workshops mit Übungen, mit Gesprächen dazu zu bewegen, sich dafür zu öffnen. Du sprichst immer wieder mit einer gewissen Fröhlichkeit in der Stimme und einer Offenheit dabei. Hat dich dieses Thema irgendwann auch geschmerzt? Also ich glaube, Ende der 70er, deine Situation war, du hast deine Urheimat verloren. Und ganz häufig sind ja die Kinder, die ich damals kennengelernt habe, so die ganze Einwanderer-Generation aus der Türkei und Italien, die wussten immer nicht so richtig, wo sie hingehören. Und ich glaube auch, also Ausländerhass wird es gegeben haben, aber ich habe das nicht so mitbekommen, sondern die Kinder waren halt anders. Und dann gab es einen Teil, die das merkwürdig fanden. Und ich fand es ehrlich gesagt immer interessant und faszinierend. Ich war dann immer so bei den Gruppen, die dann, ohne das jetzt zu unter den Scheffel zu stellen, denen geholfen hat, Sprachunterricht gegeben hat, wie auch immer. Ich fand das immer eher anziehend. Wie hast du das empfunden? Warst du eher derjenige, der dann so am Rand der Klasse gestanden hat oder warst du eher Mittelpunkt, weil die Leute total interessiert an dir waren? Das ist sehr vielschichtig. Also es gibt Menschen, die interessiert sind. Es gibt Menschen, die offen sind. Es gibt Menschen, die diskriminieren. Ich hatte einen Lehrer, der mich gleich nach fünf Minuten rausgeschmissen hat, obwohl ich nicht der Einzige war, der geschnackt hat. Da habe ich zumindest als Kind das Gefühl gehabt, okay, der hat keinen Bock auf mich. Ich habe mit zehn Jahren, beziehungsweise mit zwölf Jahren nach der Orientierungsstufe, nach der sechsten Klasse, gibt es ja dann die Empfehlung, hatte ich eine Hauptschulempfehlung. Obwohl ich mehr Länder als meine Lehrer gesehen habe und mehr Sprachen gesprochen habe als meine Lehrerinnen und Lehrer, dann merkst du ja schon, irgendwas stimmt hier nicht. Du kannst es als Kind natürlich noch nicht artikulieren, aber dann denkst du schon, das System ist jetzt nicht so ganz gerecht und es wird auch mir als Kind nicht gerecht. Das merkst du aber später im Rückblick. Das heißt, auch wenn ich positiv und fröhlich darüber rede, weil ich die Kompetenz mit Diversität umgehen zu können, als etwas Positives sehe, Diversität ist nicht immer nur was Schönes. Es hat auch was mit Konflikten zu tun, mit Auseinandersetzung, aber wir können das trainieren, wir können üben, damit umzugehen. Das ist so, als würdest du eine Fußballerin oder einen Fußballer fragen, wie findest du deinen Job? Die würden natürlich sagen, geil, das ist der geilste Job, aber die trainieren ja auch dann bei Eis und Regen draußen und das ist schmerzhaft und das tut weh, aber sie sind am Ende dann ja auch in der Lage, dann ihre Tore zu machen. Und so sehe ich das mit Diversität auch, das ist eine Kompetenz, die wir lernen können und die ist sehr wertvoll und die gibt uns Kraft und auch eine gewisse Resilienz, mit den Veränderungen in der aktuellen Zeit umgehen zu können. Ich bin bei der Feier zur Einheit letztes Jahr in der Elbphilharmonie gewesen und einer meiner ersten Gedanken war, was fühlt Jared jetzt, der das dort alles moderiert hat, in Anwesenheit des Bundespräsidenten, der ganzen Ministerpräsidenten und so weiter. Gab es da irgendwie eine Idee voller Stolz, dass du gedacht hast, Mensch, ich habe es jetzt hier aus Delmenhorst hingeschafft und spreche jetzt vor allen oder also da geht es gar nicht darum, dass du jetzt deine Wurzeln nicht innerhalb von Deutschland hast. Was war da so dein Gefühl? Das war ja keine Moderation wie immer, oder? Nee, das war was ganz Besonderes für mich. Das war ein ganz besonderer Moment. Ich habe mich total gefreut, dass meine Mutter das sehen konnte. Ich fand es sehr schade, dass mein Vater das nicht sehen konnte. Der ist 2016 gestorben, aber als eine Person, die ihre Heimat verlassen hat wegen des Bürgerkriegs, 45 Jahre jetzt hier in Deutschland lebt und sagen kann, der Norden ist meine Heimat, Hamburg ist meine Heimat, hier sind meine Kinder geboren, hier wurde mein Vater beerdigt, dazustehen und den Tag der Deutschen Einheit mit einer Kollege, mit Rea Harder zusammen zu moderieren, die ja auch keine geborene Hamburgerin ist, sondern sie ist in Ost-Berlin, also in der DDR sozialisiert sozusagen und wir beide stehen nun da, ich als Mann, sie als Frau, sie weiß, ich schwarz, also das ist ja für mich Vielfalt im besten Sinne und dann stehen wir da und ich bin ja auch nicht in Hamburg geboren. Ich bin ja im Landkreis Oldenburg aufgewachsen und dann hat Peter Tschentscher, unser Bürgermeister, uns gefragt, ob wir das machen wollen. Also das war für mich was ganz Besonderes. Das war auch wieder diese Bremen-Konnecke, der ist ja in Bremen geboren. Der ist in Bremen, genau. Und Oldenburg aufgewachsen. So ist es. Und ich finde das einfach total cool, dass Menschen, die hier gar nicht geboren sind, sich so mit dieser Stadt identifizieren und dass ich mit Rea zusammen, dass wir Botschafterinnen und Botschafter dieser Stadt sein dürfen, in diesem besonderen Tag, das ist schon was ganz Tolles. Und also ich war richtig stolz, muss ich sagen. Und das ist etwas, was ich immer in meinem Herzen tragen werde und das wird mich für immer mit Hamburg verbinden. Abschließend zu diesem Themenkomplex möchte ich noch Ilka Tschattak zitieren, der nach seiner Oscar-Nominierung für diesen brillanten Film Das Lehrerzimmer ein Zitat von sich gegeben hat, was doch sehr zu denken anstößt. In den Tagen nach der Oscar-Nominierung verstand ich, du kannst noch so viel leisten, aber neben anderen echten Deutschen wirst du immer nur der andere bleiben. Wie hast du das in Bezug auf deinen Weg bisher wahrgenommen? Kann ich sehr nachfühlen, den Schmerz. Ist das mit dem Auftritt in der Elbphilharmonie so ein bisschen gelindert worden oder würdest das gar nicht miteinander aufwiegen? Ne, das kann man nicht miteinander aufwiegen. Das eine ist die Freude, Hamburg im ganzen Land vertreten zu dürfen und zu sagen, was für eine Stadt wir hier sind. Und das andere ist der Schmerz, den Menschen erleben, wenn sie das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu. Und wir wollen alle dazugehören. Wir wollen alle teilhaben. Sei es in der Arbeitswelt, in der Kultur, in der Gesellschaft. Und wenn wir dann im entscheidenden Augenblick das Gefühl bekommen, du gehörst nicht dazu, das ist richtig schmerzhaft. Das kennen mit Sicherheit viele, die uns jetzt zuhören. Und wenn jemand das dann so sagt, also mich hat es, ich habe es gelesen und ich habe das auch gesehen und alles. Und als du es jetzt nochmal vorgelesen hast, hat mich das sehr berührt. Muss ich einfach sagen. Wir wollen den Themenkomplex wechseln und holen ein paar andere Leute dazu. Und die Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein. Servus, Jared, hier ist Mitra. Ich habe da mal eine Frage. Ich würde gern wissen, ob du der Meinung bist, dass man Pladytsch wieder in der Schule lernen sollte oder generell Dialekte in der Schule vermitteln sollte. Viert die? Ja, sie spricht selber Bayerisch. Ja, auch eine Frau mit Migrationshintergrund. Sie ist nämlich Bayerin. Ja, genau. Tolle Frau. Ja, tolle Frau, die engagiert sich mit All-Inclusive für Senioren und Señoritas. Finde ich super schön und wo ich kann, unterstütze ich sie auch. Ja, also Pladytsch ist erstmal kein Dialekt. Sie sagt immer, das ist ein Dialekt. Da sind wir ja immer, kriegen wir uns immer in die Haare, die ich nicht habe. Nein, sie weiß, dass Pladytsch eine Sprache ist. Aber ich finde, Pladytsch muss in die Schule. Das ist unsere Sprache hier im Norden. Natürlich sind wir da weit weg von. Aber ich finde, also in einigen Schulen ist es schon so, dass das angeboten wird. Aber Pladytsch sollte in die Schule kommen. Auf jeden Fall. An welcher Stelle ist das bei dir so ein Thema geworden, wo du gesagt hast, das ist jetzt meins? Das ist nicht meins. Das ist unser. Das ist also überhaupt nicht meins. Kein Stück. Ja. Aber meine Sprache, meine Muttersprache, meine Vatersprache, meine erste Sprache, Afan Oromo, war lange Zeit verboten in unserer Heimat. Das heißt, in den Schulen wurde es nicht gesprochen. Wir durften es nicht lernen. Wir durften es draußen nicht sprechen. Da hättest du für im Gefängnis landen können. Wir wurden als Mehrheit. Es gibt 60 Millionen Oromos und ich bin ganz sicher, das wusstest du nicht, bevor ich das jetzt gesagt habe. Wir sind das größte Volk. Wir sind die größte ethnische Gruppe in Äthiopien und einer der größten ethnischen Gruppen in Afrika. Wir werden als Mehrheit unterdrückt. Und ich finde es ein Verbrechen, wenn Sprachen verboten werden. Hier in Deutschland ist Pladytsch nicht verboten. Es war eine Zeit lang verpönt. Das ist eine ganz andere Dimension. Aber ich finde das Weiterleben einer Sprache ganz wichtig. Mit Pladytsch verbinde ich mein altes Heimatdorf Falkenburg. Und da war ich im Pladytsch im Kinderchor. Ich habe bei Pladytsch im Lesewettbewerb mitgemacht. Wildrud Schauer war meine Pladytschlehrerin. Wir sind immer noch befreundet. Sie hat mir diese Sprache irgendwie schmackhaft gemacht. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich jetzt Pladytsch cool fand, sondern ich habe das als Kind mitgemacht. Und da sind wir wieder beim Thema, um teilzuhaben, dabei zu sein, mitzumachen. Und so kam das. Und irgendwann, als ich dann weg war aus der Heimat und hier in Hamburg war, im Unsorgtheater mitgespielt habe und so, und dann kam die alte Liebe wieder hoch. Und ich habe mich immer mehr mit der Sprache wieder beschäftigt und befasst. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, man muss mal wieder mehr Pladytsch im Fernsehen machen. Und so kam ich dann zur Welt platt und so entwickelte sich das dann. Was ich mit Pladytsch immer in Verbindung bringe, in meiner Oma-Generation wurden dann auch mal Trachten getragen. Und es gibt heute in meiner Heimat, in der Nähe von Hannover, immer noch Trachtengruppen. Junge Menschen, die sich samstags treffen und ich sage jetzt mal ganz lax im Kreis drehen und tanzen. Hast du jemals auch so eine Tracht getragen? Nein, leider nicht. Und du sagst das mit so einem Unterton. In Bayern ist das so eine absolute Selbstverständlichkeit. Und nicht nur in Bayern. In vielen Ländern sind Trachten und Folklore etwas total Selbstverständliches. Es ist ein Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und das hat nichts mit Jung und Alt zu tun, sondern es ist ein Teil der, und das wünsche ich mir auch hier im Norden, dass das nicht nur die Älteren pflegen, die haben die Kenntnis darüber und die können auch viele Geschichten weitergeben. Aber dass die Jüngeren auch Bock drauf haben und das leben und auch mit Trachten rumlaufen. Es gibt die Finkwaders Bilde im Übrigen, die das machen und die das pflegen und leben. Und das finde ich super wichtig. Wir kommen zur nächsten Frage der anderen Leute. Und ich glaube, dieser Mann hat auch ein bisschen was fürs Blattdeutsche gemacht. Moin Moin Jaretz. Hier spricht Björn Betong von der erfolgreichen Experten Fettes Brot. Ich weiß, dass du auch gerne Musik machst. Was mich jetzt interessieren würde, ist, an welches Genre würdest du dich gerne mal herantrauen? Was wäre die größte Herausforderung? Will Björn Betong wissen. Also musikalisch, ja? Ja. Wow. Ab einem gewissen Alter sagt man Jazz wahrscheinlich, ne? Du hast ja lustig. Ja, Jazz ist sehr anspruchsvoll. Jazz ist die klassische Musik der schwarzen Menschen. Und ich bin mit Jazzmusik aufgewachsen. Mein Vater hat sehr viel Jazz gehört. Ein paar Jazzstandards habe ich auch gesungen, kann ich auch singen. Aber Jazz ist sehr anspruchsvoll. Oder würde ich, hätte ich Lust mehr zu können. Dann sehen wir dich in Birtland demnächst. Wenn ich Birtland sage, dann will ich gerne die Brücke schlagen zum Uwe. Ja. Man soll ja eigentlich immer nicht nach Namen fragen, aber tatsächlich möchte ich wissen, warum eigentlich Uwe? Also warum dieser Name für einen Club auf der Reeperbahn? Der Mann, der uns gesagt hat, hier ist der Umschlag mit Geld drin, macht einen Club auf. In meinem Namen. Der hieß Uwe. Das ist die Story von Uwe. Ach, das ist quasi so ein Namenssponsoring gewesen. Ja. Mäzen, Namenssponsoring, Patron. Was hat dich denn da gejuckt? Mitten in der Corona-Zeit, konnte man natürlich nicht wissen, einen Club zu öffnen. Und wie schmerzhaft war das? Ja, das war vor der Corona-Zeit. 2019 haben wir drüber gesprochen und uns dann auf den Club geeinigt. Olli Kleinfeld, mein Kumpel, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, damit einzusteigen. Und habe gesagt, ach komm, let's do it. What the heck? Und dann sind wir da rein und haben dann im Januar 2020 den Club eröffnet und geile Eröffnungsparty gehabt. Es waren viele Hamburgerinnen und Hamburger da und ja, dann kam ja drei Monate später Corona und dann mussten wir erstmal dicht machen. Wir haben viele Shows gestreamt dann. Kulturona, kulturelle Grundversorgung. Wir haben auch coole Künstlerinnen und Künstler da gehabt. Aber Corona war schon dann echt ein Hammer, muss man einfach sagen. Was war denn für dich der Anlass? War das wieder etwas zu sagen, ich nehme es jetzt in die Hand, so wie du auch quasi die Vielfalt deiner eigenen Talente immer wieder versuchst nachzuspüren und zu präsentieren? Ja und das war auch die Bühne, die wir da haben. Wir haben eine Bühne, wir haben einen coolen Sound und dort ein paar Sachen auszuprobieren. Comedy, Konzerte, verschiedene Formate. Wir haben den First International Vinyl Club, wo unsere Gästinnen und Gäste Vinyl mitbringen können, wo wir mit Bernd Jongmann das zusammen moderieren. Können wir zum Beispiel über Musik reden oder wir haben Nofomo, wir haben Konzerte da. Ich finde das cool, auch Formate dann mitzugestalten. Es hat sich dann während Corona leider alles etwas anders entwickelt oder danach. Aber das ist halt eine Möglichkeit, eigene Formate zu probieren und zu entwickeln. Und das haben wir auch mit Kulturona ja auch geschafft. Und das fand ich sehr reizvoll. Früher fragt man ja immer, was man in diesen Anmeldeschein im Hotel eintragen würde als Berufsbezeichnung. Ich glaube, diese Frage wird überhaupt nicht gestellt. Aber ich will sie jetzt stellen. Würdest du jetzt da Gastronom eintragen oder doch Moderator oder doch Sänger oder wofür würdest du dich entscheiden, wenn du müsstest, weil dieses Feld nur ein Wort hergeben würde? Wenn das ein plattdeutsches Hotel wäre, würde ich sagen Schnacker. Moderator. Also ich glaube, Moderator oder Entertainer, das wäre so, Moderator wäre offiziell. Entertainer wäre, glaube ich, würde das Ganze treffen. Aber das ist schon meine Hauptbetätigung. Ist es auch so, die Sendung Mein Nachmittag gibt es jetzt seit knapp drei Jahren nicht mehr. Ist es aber trotzdem etwas, womit du am meisten eigentlich wiedererkannt wirst? Ja. Also ich erlebe das ja immer wieder, dass Moderatoren teilweise seit zehn Jahren eine bestimmte Sendung nicht mehr machen und trotzdem immer angesprochen werden, als wäre sie letzte Woche gelaufen. Geht dir das heute auch noch so? Das geht mir auch so. Und ich glaube, das ist auch das, was ich total gerne mag. Ich liebe Menschen. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ich schnacke gerne mit Menschen. Und ob das in meiner Sendung Jared kommt rum ist, ob das in der Sex-Sendung für den WDR Sex lieben oh ja ist oder andere Formate. Ich liebe das einfach, mich mit Menschen auszutauschen und zu gucken so, wie gehen die durch schwierige Zeiten, wie gehen sie durch gute Zeiten und wie kriegen sie den Mors wieder hoch. Das fasziniert mich und deswegen, ja. Eine deiner ersten großen Rollen im Unsorgtheater hast du an der Seite von Heidi Kabe gespielt. Gab es da auch einen Austausch oder hast du vor Angst gezittert und kein Wort rausgekriegt oder wie hat die sich so quasi Backstage verhalten? Total cool. Wie eine Großmutter. Ich hieße in der Rolle Tom. Ach was. Welche Überraschung. Oha. Oha. Aber da muss man sagen, das ist schon fast 30 Jahre her. Und wir haben uns verändert und das ist ja auch alles in Ordnung. Heidi Kabel war super herzlich und sie sagte dann, Mensch Tom, komm mal rüber hier, dann können wir zusammen den Text durchgehauen. Und dann hatte sie einen Kaffee und ein Erdbeertörtchen für mich mit Sahne drauf und dann haben wir den Text durchgesprochen. Auf Augenhöhe mit einer wahnsinnigen Herzlichkeit von ihrer Seite. Also es war total angenehm mit ihr zusammenzuarbeiten. Meinen Nachmittag gibt es nicht mehr. Was wäre denn so, wenn ich jetzt, ich sag mal ARD-Programmdirektor wäre, welche Sendung würdest du denn machen? Also vielleicht gar keine von den bestehenden, vielleicht ist auch eine komplett neue Idee. Bist du der Mann, der Wetten, dass wieder auf den Bildschirm bringt? Ach, das ist eine geile Sendung. Ein cooles Format. Große Bühne, viele Leute, Musik, Spaß, Wetten. Ich liebe ja sowas. Ich habe aber auch den Eindruck, dass du am liebsten dann gerne auch bei den Wetten mitspielen möchtest, oder? Du liebst ja Herausforderungen. Ja, ja, total. Also ich gehöre zu der Gruppe Mensch, die eine große Klappe haben. Na ja, klar, das mache ich. Und wenn es dann drauf ankommt, gibt es auch Sachen, wo ich sage, nee, dann lass mal doch. Dann bin ich auch gerne mal und ziehe mich dann zurück. Aber ich liebe schon irgendwie Herausforderungen. Also große Klappe habe ich auf jeden Fall. Ja. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und die heißt Wissenswertes und dann kommst du. In Hamburg gibt es mehr wöchentliche Märkte als in jeder anderen europäischen Stadt. Mehr als eine Million Menschen besuchen jede Woche einen der über 100 Lebensmittel- oder Flohmärkte. Wofür stehst du gerne Schlange? Gar nicht. Ich hasse es, Schlange zu stehen. Wenn ich einen Club sehe, wo Schlange ist, dann will ich eigentlich gar nicht rein. Dann sage ich, komm, klein mir am Mors. Und zwar liegt es daran, als wir in Äthiopien waren, gab es eine Mangelwirtschaft. Äthiopien gehörte ja zum Ostblock, wie auch die DDR und die Sowjetunion und so weiter. Und wir mussten manchmal für Brot, für Milch, für Benzin, für die wichtigen Dinge des Lebens Schlange stehen. Ich habe irgendwie eine Abneigung dagegen. Und dann gehst du einfach weiter am guten Club. Wie gehst du denn mit Schlangen vor dem Uwe rum? Irgendwie hast du dann ein Verständnis, wenn die Leute rummaulen? Das habe ich. Habe neulich auch bei uns die Garderobe gemacht, weil eine Mitarbeiterin nicht konnte. Und dann siehst du eine lange Schlange da. Da kommst du aber ins Schwitzen und gibst Gas, dass das schnell geht. Wenn bei uns, bei Uwe, eine lange Schlange ist, dann freue ich mich natürlich, weil ich damit natürlich ein volles Haus verbinde. Und es gibt auch Schlangen, wo ich stehen bleibe und wo ich sage, also gerade beim Einkaufen, wenn ich eine Currywurst haben will, dann bleibe ich auch stehen und warte einen Augenblick. Aber irgendwann bin ich ungeduldig und gehe weg. Aber bei Uwe freue ich mich natürlich. Und wenn beim Docks nebenan irgendwie eine kilometerlange Schlange einmal um den ganzen Block ist, dann denke ich, ja, das fände ich bei Uwe jetzt auch nicht schlecht. Hamburgs größte Grünanlage ist nicht etwa der Stadtpark, sondern der Altonaer Volkspark mit über 205 Hektar. Hast du einen grünen Daumen? Nein, leider nicht. Nein? Nein. Ich gucke mir gerne... Aber einen Balkon hast du. Einen Balkon habe ich, aber ich habe keinen grünen Daumen. Ich habe bei der Sendung Mein Nachmittag, habe ich ganz viel mit John Langley moderiert, dem Fernsehgärtner. Und ich habe vieles von dem gelernt oder auch von Matthias Schuh. Aber nein, das kommt vielleicht noch. Mein Vater hatte einen grünen Daumen und der hat mir das vielleicht, weil ich immer dann im Garten mithelfen musste, da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich da im Moment irgendwie wenig Lust zu. Aber das kommt bestimmt noch. Gibt es denn häusliche Tätigkeiten, auf die du total Bock hast und die du einfach auch immer übernimmst im Familienverbund? Ich liebe bügeln. Ich finde tatsächlich auch... Wie kann man nur? Ja, bügeln finde ich sehr angenehm. Das hat was Meditatives, finde ich. Okay, das ist bei mir eher Geschirr abwaschen. Und Geschirr abwaschen, finde ich auch, hat was Meditatives und auch abtrocknen. Ja, also mache ich gerne. Das jährlich stattfindende Reeperbahn-Festival ist Europas größtes Club-Festival. Welche Band oder welchen Solo-Künstler würdest du gerne einmal live erleben? Vielleicht sogar im Uwe, würde ich mal fragen. Wow, gute Frage. Die Stones im Uwe? Ich bin gar nicht so ein großer Stones-Fan. Stevie Wonder. Stevie Wonder bei Uwe. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, wer einen guten Draht oder die Nummer von Stevie Wonder hat, stell dir mal vor, Stevie Wonder steht bei Uwe auf der Bühne. Du würdest kommen, oder? Ja, mega, natürlich, klar. Aber ich wäre wahrscheinlich in der Schlange und käme nicht rein. Nein, nein, du kennst ja den Chef. Ja, sehr gut. Das ist großartig. Was ich jetzt wirklich überhaupt nicht weiß und was ich überhaupt nicht mit dir in Verbindung bringe, ist Fußball. Jetzt ist Hamburg aber ja eine Stadt, die sich im Grunde fast in zwei gleiche Teile aufteilt, nämlich St. Pauli oder HSV. Wie würdest du denn diese Frage beantworten? Ich bin HSV-Fan. Bekennend. Ich bin aus Bremen und das empört ja viele, weil ich bin in Bremen und umzu aufgewachsen und viele haben von mir erwartet, dass ich Werder-Fan bin. Aber ich hatte vorher nicht so eine Verbindung zum Fußball und ich habe 2006 das Fanfest am Heiligen Geistfeld moderiert und habe dann erst so richtig die Verbindung zum Fußball gehabt und die Liebe zum Fußball gucken entdeckt. Und da waren irgendwie auch viele vom HSV bei uns auf der Bühne und habe die kennengelernt und habe mich gefragt, HSV oder St. Pauli-Fan werden? Und ich habe gedacht, St. Pauli ist so eine Modeerscheinung. Ich finde den Verein cool und viele waren so, weil das einfach cool und Trend war, sind St. Pauli-Fans geworden und hatten eigentlich gar nicht so eine Verbindung mit St. Pauli. Und dann war für mich klar, ich werde HSV-Fan, weil das der Stadtverein ist. Und das bin ich und stehe auch dazu. Ich habe aber einen Song geschrieben, der heißt St. Pauli. Also ich habe große Sympathie für den Verein und wir haben unseren Club hier auch auf St. Pauli. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie Dünkel hat, sondern wir sind Bruder und Schwester, Schwestern und Schwestern, wie auch immer, hier in der Stadt und müssen zusammenhalten. Gibt es da mal eine andere Sportart, in denen du mit größerer Leidenschaft noch zuguckst? Also Basketball ist ja Bundesliga. Es gibt ja nicht viele Bundesligisten in dieser Stadt, muss man ja mal dazu sagen. Ja, Basketball gucke ich gerne. Beachvolleyball habe ich lange ja auch die Tour moderiert und die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften und so weiter. Habe ich eine Verbindung zu. Leichtathletik gucke ich sehr gerne. Ja. Alles immer nur gucken oder auch mal selber machen? Gibt es gute Joggingstrecken in Ottensinn? Ja, ich laufe total gerne. Ja? Ja, ich liebe es zu laufen und das kann man ja überall machen. Also weil ich so viel unterwegs bin, bin ich da, was den Sport angeht, total unabhängig. Ich brauche einfach nur meine Schuhe, die Hose und die Jacke und dann raus und bin schon an den schönsten Orten und auch interessantesten Orten, sei es Shanghai, Sydney, Kapstadt, Sibirien gejoggt und habe so mir die Gegend auch erlaufen. Und nochmal ganz anders, gerade am Morgen, wenn die Stadt gerade aufwacht oder das Dorf, habe ich die Region nochmal anders kennengelernt. Also ich laufe leidenschaftlich gerne. Gehören denn dann Kopfhörer auch zum Joggingoutfit oder nimmst du lieber den Stadttlärm oder die Natur dann wahr? Eine Zeit lang habe ich gerne Podcasts gehört. Irgendwann habe ich gedacht, nee, lasse ich auf die Natur ein und auf die Umgebung. Bald jetzt wieder. Ja genau, bald fange ich wieder an, aber sonst laufe ich ohne akustische Bespielung und lasse mich tatsächlich auf die Natur ein. Jetzt haben wir immer wieder gehört, wie sehr du hier viele deutschen Tugenden übernommen hast. Was ist denn so typisch äthiopisch an dir? Ich bin ja nicht äthiopisch, ich bin ja Oromo. Das ist ein großer Unterschied, weil Äthiopien ist sehr vielfältig. Es gibt über 80 ethnische Gruppen und 80 Sprachen dann auch. Also es sind keine Dialekte. Und bevor ich sage, ich bin Deutscher, würde ich auch sagen, ich bin Norddeutscher. Das ist ja nochmal ein besonderer Charakter. Was ist typisch Oromo? Ich komme aus einer Region in Oromia, die heißt Wallaga. Und die Oromos aus Wallaga, die reden nicht so viel, so wie die Norddeutschen. Das ist jetzt aber nicht typisch bei dir. Ja und nein. Also im beruflichen Kontext rede ich viel und seit meiner Kindheit bin ich auch ein Sabbelkopf. Das hat meine Mutter mir auch gesagt. Im privaten Kontext rede ich eher weniger und halte mich auch gerne zurück, kann auch mal zuhören und andere zu Wort kommen lassen. Das ist typisch Oromo. Ich liebe Grünkohl. Gibt es auch aus unserer Heimat. Ja, da guckst du, ich sehe das gerade. Ja. Bei uns gibt es Grünkohl. Ich dachte immer so, darf man ja nur nach dem ersten Frost essen. Wie lange muss man denn da warten? Das Gute ist, den gibt es bei uns nicht. Deswegen gibt es bei uns Oromos Grünkohl das ganze Jahr über. Okay. Das heißt, wenn du im August Bock auf Grünkohl hast, ab nach Oromia, den gibst du den da. Ja, ich glaube, das sind so die Dinge. Wir Oromos brauchen auch immer etwas Zeit. Um uns auf Dinge einzulassen, auf Menschen und auf Situationen. Wir gucken, wir beobachten gerne erstmal. Ich habe so eine Mischung aus beiden entwickelt. Also mein Beruf ist ja relativ schnelllebig und hat mit viel Kontakt zu Menschen zu tun. Ich kann gut dieses Oberflächliche, diesen Smalltalk und dieses Agile, aber ich kann auch mich in Ruhe auf Menschen und Personen einlassen. Und das ist, glaube ich, etwas, was typisch Oromo ist und was aber auch typisch Norddeutsch ist. Jetzt bist du so kunterbunt kulturbeflissen. Ein Buch hast du noch nicht geschrieben, ne? Ich habe, glaube ich, fünf plattdeutsche Bücher geschrieben. Okay. Kannst du lesen, kannst du Zeit lassen, weil es ist ja jetzt nicht so einfach, plattdeutsch zu lesen. Es gibt ein Hörbuch. Sehr gut. Ja. Aber was liest du denn? Also außer deinen eigenen Bücher. Was liegt denn so auf dem Nachtschrank gerade? Ich lese gerne Biografien. Ich habe jetzt gerade die Biografie von Will Smith auf dem Nachtschranktisch liegen und will mir das Buch jetzt mal einverleiben. Ja, dann viel Spaß beim Lesen. Du hast jetzt gleich Gelegenheit, denn wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Da kommen dann immer noch zwei Fragen, die wir jedem stellen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, die anderen waren auch gut. Ja, 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 ja. Die waren sehr gut. Die waren sehr gut. Du bist sehr gut vorbereitet. Aber das hatte ich nicht anders erwartet, Lars. Auch wenn du ein Schnacker bist, du bist ein guter Schnacker. Sehr gut. Jetzt hast du eine gute Brücke geschaffen und jetzt weißt du auch, was du in fünf Jahren machst. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist interessant. Ich habe zwar Ideen und Wünsche und Visionen, auch wenn Helmut Schmidt jetzt vielleicht lächeln würde, weil ich Visionen gesagt habe. Aber das sind Dinge, da spreche ich nicht so viel drüber. Auf der anderen Seite haben wir so bewegte Zeiten gerade. Ich finde es schwierig, fünf Jahre im Voraus zu gucken. Es hat sich ja vieles und schnell verändert. Aber vielleicht hast du noch Hoffnungen und Träume. Gibt es ein Uwe 2 oder wenn dir eine Heidi Geld gibt, dann ein Heidi Club? Nein, nein, nein. Uwe ist Uwe. Das ist ja wie ein Kind. Wenn, dann würde es nochmal eine Schwester geben oder einen Bruder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn das mit Uwe gut weitergeht. Ansonsten hoffe ich, dass wir hier in unserem Land Lust auf Vielfalt haben und auch einfach lernen und uns darauf einlassen, mit der Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch umzugehen. Das wäre meine Hoffnung und mein Wunsch. Ja, und dass wir alle gesund bleiben. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Ich wünsche mir, dass die Clubszene in Hamburg vielfältig ist. Dass wir in der Gesellschaft auch vielfältig sind, was die Genres angeht. Wo sehe ich Hamburg in fünf Jahren? Ich hoffe, dass wir diese stürmischen Zeiten gut überstehen. Es gibt viele Herausforderungen global, aber auch bei uns im Land, die uns auch auseinanderbringen könnten. Wir sollten gucken, was uns verbindet und sollten das wertschätzen, was uns unterscheidet und respektvoll miteinander umgehen. Das sind so wunderbare Schlussworte. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Jare Dibaba, ganz herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke. Das war ein sehr bewegendes, aber auch schönes Gespräch und ich sage Ahoi. Ahoi und danke für die Einladung, Lars, und an dein Team. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer. Von der Gute-Leude-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.